Und dann Moinsen zu diesem ersten Teil von, ja, es wird wahrscheinlich eigentlich auf den Vierteilen rauslaufen, diesmal ein bisschen Marathon hier auf einmal. Und das ist wahrscheinlich auch der Teil, der so ein bisschen ehrlicherweise nach hinten gezögert hat, weil ich hier ja immer wieder dran rumgesessen bin. Denn, ähm, nämlich die Vereinspolitik, ähm, ist da ehrlicherweise auch bodenlos, um einen Zeitpunkt zu finden, dass man halt irgendwie alles drin hat. Weil jeden Tag passiert irgendwas beim VfB, dann dauert ja auch das Skript, Aufnahme, Upload und so weiter und so fort. Jetzt mal so gedacht, jo, neue Infos, gut eingearbeitet, wieder OZ gesehen, ah, schwierig, jetzt aufnehmen, jetzt hochladen, ah, ah, klappt nicht. Ähm, deswegen, in der Zwischenzeit passiert auch am besten noch irgendwas, also am besten noch in der Zwischenzeit von Aufnahme und Upload und sowas, das ist auch der Klassiker. Ähm, dachte mir aber jetzt, final vor Heidenheim, jetzt muss das langsam mal raus, ähm, auch mal zu Potte kommen, sonst zieht es ja noch länger in die Länge, als das, wie wahrscheinlich eh schon wird, wahrscheinlich auch schon ein Ticken länger werden. Ähm, werde deswegen auch ein paar Zeitsprünge drin haben, ist ganz klar, zwischen dem, ähm, grundsätzlichen Stand, sag ich mal, und eben dann, ähm, neuen Infos, Statements, Artikeln, die noch so dazugekommen sind, ähm, wollte es aber jetzt auch mal gescheit machen. Weil letztes Jahr, ich habe ja auch schon mal einen Part gehabt dazu, oder schon ein paar Mal drüber gesprochen, wir haben letztes Mal einen ziemlich langen Part gehabt, wieder mit meinem üblichen Ding von, ich mache mir meine Tabs auf, ich sammle meine News, ich, äh, ja, mache es mir chronologisch quasi im Browser. Diesmal wirklich, das ist auch ein bisschen länger drin, mehr Arbeit drin, damit es auch ein bisschen besser wird, ähm, wirklich aufgeschriebenes Zeug. Ich habe es mir aufgeschrieben, wirklich Text hier vor mir, ähm, deswegen auch da hoffe ich mal, dass es auf jeden Fall deutlich besser wird. Also das letztes Mal, ähm, wie gesagt, auch vom Zeitpunkt ein bisschen unpraktisch, wie gesagt, ich skripte ja schon ein paar Tage dran rum, ähm, haben natürlich auch mittlerweile viele andere auch Zusammenfassungen gemacht, ne, das SWR zum Beispiel auch im Video Zusammenfassungen gemacht, ähm, bin ich natürlich alle drüber, aber jetzt auch mal von mir, von der Seite aus hier, ähm, gehen wir ein bisschen ein paar Themenpunkte durch. Wie gesagt, immer wieder natürlich Infos, die es gibt, Meinungen von mir und eben auch aktuell ständig noch mit reingebracht. Themenpunkte Nummer 1 sind ja erstmal Porsche, ne, mit dem Weltmarkenbündnis sind eingestiegen, aktuell 5,49% haben sie, ähm, also 5 und paar zerquetschte halt, erste Tranche 20 Millionen, so, zweite Tranche soll folgen, ähm, muss es aber nicht, das ist ja auch so eine Info, die so rauskam, da wohl Porsche da am längeren Hebel sitzt, Thema Bedingungen dafür, dass die zweite Tranche fließt, ähm, das wäre nochmal 20 Millionen, dann sind wir bei 40 Millionen dann, ähm, klingt ja auch da direkt schon mal einfach schwach verhandelt vom VfB. Okay, muss man ganz ehrlich sagen, dass Porsche da wohl mehr oder minder einfach diktieren kann, ne, ich glaube aber ehrlicherweise nicht, dass sich da irgendwas passiert, dass irgendwas scheitert oder sowas, weil sonst hätten sie ja nur 5%, ne, eigentlich hätten sie am Ende 10,4%, ähm, das einmal in Sachen Bedingungen, dass da irgendwas scheitert, glaube ich nicht dran, aber eben auch, dass sich beeinflussen lassen durch das, was jetzt eben kommt, ne, das ganze Aufarbeitung, die ganzen Fanproteste und so weiter und so fort, ähm, weil, das muss man ja sagen dazu, die müssen das ja wohl bitte gewusst haben, damit gerechnet haben, so, ich meine, so hochgelobt wie Weltmarken, Weltmarken sind, deren Vorschnell sind und so weiter und so fort, werden die aber nicht gedacht haben, dass da nichts rauskommt, dass das ja einfach ruhig über die Bühne geht, wenn wir eben bei diesem Thema sind, Ausgelungsversprechen, wo ich später darauf zu sprechen komme, ähm, oder Unmut generell, oder über das forsche Vorgehen, sag ich mal, oder über den Einstieg generell, ich glaube, denen sollte klar gewesen sein, dass da, dass es nicht komplett ruhig, äh, durchgeht, und Thema forsches Vorgehen, das sind wir nämlich jetzt direkt, äh, ist auch so ein Ding, was mir einfach im Stil nicht gefällt, nicht gefallen hat, ähm, die Werner Schlange verhandelt haben, so, und im Juni 2023 dann offiziell gemacht, das ganze Ding mit der PK und so weiter, ähm, da war ja so viel Zeit, bis jetzt eben auch, ne, März, wo das dann geschehen ist, mit dem Aufsichtsrat, ähm, die Mitglieder zu befragen, ne, zu dem Vorgehen, zur Entmachtung und so weiter und so fort, es gab ja auch noch eine Mitgliederversammlung mittendrin, ich glaube, September war es ja auch noch, wollte man, aber wohl nicht, sag ich mal so, weil man wollte uns nicht mit reinnehmen, befragen, irgendwas, man wollte das Eigeninteresse durchbringen, sag ich mal, sobald man offiziell drin ist, ähm, nun geschehen, ne, ich sag mal, mit dem Rambo einfach durch, ähm, und hier jetzt ein paar Einschübe aus dem SDR-Podcast mit Adrian, also sehr aktuell, und eben auch dem Vogt-Interview im Kicker, beides sehr aktuell, ähm, initiiert wurde der Porsche-Einstieg durch den AG-Vorstand, heißt für mich, Werder Ignazi Kasper, also Sport, Finanzen, Marketing also, ähm, die drei Hockendeier, ähm, und dann kam nämlich einiges zum Vorgehen raus, ne, viel schon in Gerüchten gewesen, aber da jetzt eben, sag ich mal, aus offizieller Hand, natürlich kann man auch sagen, ja, das glaube ich dem Adrian nicht, oder das glaube ich dem Vogt nicht, oder so, aber, ich sag mal, von offiziellerer Stelle als irgendwelche, also aus dem Verein raus offizieller als in irgendwelchen Berichten, oder so, ähm, das beides auch hier ganz wichtig, gerne selbst komplett lesen, komplett hören im Falle vom Podcast, natürlich alles unten verlinkt im Sammellink in der Videobeschreibung, wie ihr es kennt, ähm, vier Tage vor der Veröffentlichung des Weltmarkenbündnis hörte Vogt das erste Mal von der Forderung, dass er vom Vorsitz zurückziehen, soll, ähm, also vier Tage vor dieser PK, ne, einen Tag vor der Veröffentlichung des Porsche-Engagements kam dann die unverhandelbare Bedingung von Porsche, dass man sich für ein Mitglied aus dem Hause Porsche einsetzen solle, wenn es dann, äh, um die Wahl geht zum Aufsichtsrat-Vorsitzenden, und dass das ein Dealbreaker ist, ne, kann man auch da direkt schon mal, wie gesagt, immer ein bisschen eigene Meinung mit reinbringen, aber, oder eigene Interpretation, wie auch immer, eigene Haltung mit reinbringen, ich finde, da kann man den Begriff Erpressung auch schon mal in den Raum werfen, finde ich, ähm, dazu vom Vorstandsvorsitzenden der AG angesprochen worden, das müssen dann wer alle sein, ähm, auch so benannt von Adrien, also Vogt und, äh, Adrien berichten dasselbe, auch da vielleicht wichtig zu erwähnen, ähm, beiden war dann klar, dass man das aber halt trotzdem wahrscheinlich machen muss, denn wenn nicht, hätte es Konsequenzen gehabt, im Sinne von, Porsche kommt nicht und das Geld kommt eben auch nicht, auch wenn sie es nicht gut fanden scheinbar, musste es, man, äh, muss man es angespannten Lage beim VfB, ne, jetzt ein Beispiel zum Beispiel ist das Thema Ahamada, was immer wieder aufgemacht wurde, dass der wohl im Wintertransferfenster echt abgegeben werden musste, die Kohle reinkommen musste, ich glaube, 12 Millionen oder so waren es ja, irgendwie am Deadline-Day, dass man das echt machen musste, auch wenn man einen Zusammenhang gehört, gelesen, weiß ich gar nicht mehr, ähm, mit, mit, äh, quasi der Fähigkeit, Gehälter zu bezahlen, so Geschichten, also das Ahamada-Ding war wohl echt brutal wichtig, das heißt, finanziell sehr angenockt, ich meine, wir kennen es ja, Corona-Stadien und so weiter und so fort, wenn wir die nochmal aufmachen, das Thema, ähm, aber sie waren wohl skeptisch, wollten die eben nicht platzen lassen, ähm, Porsche habe einfach von Beginn an schon oder von, von der Bewertung wahrscheinlich von uns aus schon, äh, einfach die Außendarstellung, Außendarstellung vom VfB nicht gefallen, ich glaube, da können wir auch mitgehen als Mitglieder, da können wir mal im Boot sitzen von Porsche, tut uns, tun wir gerade auch nicht, fällt uns gerade auch nicht, ähm, Fuchs war vorgeschlagen haben, dass dann halt zum Beispiel der Meschke, den von Porsche dann die Sitzungsleitung übernehmen soll, ist ja immer wieder ein Kritikpunkt an Fuchs, kommen auch später nochmal zu, oder komme ich nochmal später zu, quasi irgendwie, ja, dass die Sitzungen kacke waren und er irgendwie da, ja, nicht so gut darin war, wäre jetzt Kritikpunkt gewesen, der halt direkt dann weggemacht wäre, im Sinne von, jo, wenn er sagt, ich mach das scheiße, dann soll es er halt machen, aber nicht direkt die Leitung übernehmen oder nicht direkt Vorsitzung, sondern einfach die Sitzungsleitung und sowas, wurde aber abgelehnt, ähm, und dann sind wir auch schon beim Thema Absichtserklärungen, die unterzeichnet wurden, damit der Deal eben durchgeht, ähm, da hat sich Football abgesichert, dass diese keine Rechtsverbindlichkeit haben, und er hat das, das war ja auch mal ein Thema in den Berichten, einbauen lassen, dass die Mitglieder zu beteiligen sind, bevor es zu einer Kandidatur eines Mitglieds von Porsche kommt, ne, Vogt hielt auch hervor, dass es nie eine Erklärung gab, warum es alles so schnell gehen musste, ne, wir hatten ja gerade den zeitlichen Rahmen, ne, paar Tage vor der PK, unter Veröffentlichung vom Deal, ähm, den, den Rahmen zu Vogts Abwahl gab er auch noch im Interview, denn eigentlich lädt er, lädt er ja als Vogt, also als Vorsitz im Aufsichtsrat, ähm, ein zu so einer Sitzung, ähm, dazu gab es die Aufforderung, dass er es noch tun soll am 1. März, ähm, zwei Tage nach hat er das auch zugesagt und gemacht, interessant ist aber, zwischen Einladung und Sitzung müssen laut Satzung zwei Wochen liegen, heißt es, aber die Abwahl wurde als dringendes Anliegen bezeichnet und am 8. März wurde dann für den 12. März eine Einladung rausgehauen, ich glaube, es war auch gar nicht Vogt, sondern stellvertretend für Vogt und wieso, äh, also der, oder der Stellvertreter von Vogt, müsste der Schimmern gewesen sein, ähm, dazu kommt dann noch, dass, äh, es wohl am 9. März ein moderiertes Gespräch mit Vogt hätte geben sollen, aber, wie gerade gehört, am 8. März, am Tag davor, kam schon diese Einladung, ne, also schon bevor da vielleicht irgendwas noch mehr hätte geklärt werden können mit Vogt, ähm, gab es diese Einladung schon, das heißt, ganz simpel runtergebrochen, ähm, da haben es wohl alle an dem Vorstoß Beteiligten sehr, sehr eilig gehabt, das kann man, glaube ich, ganz klar sagen, ähm, der Wunsch von Vogt die Mitglieder zu beteiligen und eben auch kritische Fragen und sowas zu besprechen in dieser Sitzung über den Porsche-Vertrag und so weiter, auch der Forscher hätte wohl Fragen beantworten sollen, die haben es ja quasi angetrieben, zuerst haben wir ja jetzt schon mitbekommen, ähm, wollte dort keiner, sagt Vogt, ne, nennt es dann gerne Pro Vogt oder sowas, ich sage, ne, aber wenn er so stimmt, dann ist das schon ordentlich, finde ich, ich glaube, da konnten es halt, wie gesagt, welche nicht erwarten Vogt zu entmachten und eben damit auch die Position des eingetragenen Vereins im Aufsichtsrat zu entmachten, ähm, war ich ja vorhin auch schon beim Thema Rambo, ne, Vogt sagt auch, dass nun schon von den Inhalten des Porsche-Deals abgewichen wird, gibt aber leider, wenn auch natürlich, ne, zu Vertragsinhalten natürlich keine Auskunft, aber auch da schon eine ziemliche Spitze gegen Porsche. Die Erklärung, äh, dass jemand von Porsche Ratschef werden sollte, gab und gibt es bis heute übrigens auch nicht, sagt Vogt, auch das will, ne, das war so ein bisschen der, der Faktor oder kam ja auch zuerst raus, Porsche will das machen, ich glaube, der Business Insider war es, der das berichtet hatte, da hieß es, ne, Porsche will es doch nicht machen, ähm, und eben auch das Rechtsguthaben, äh, Gutachten, ähm, das es seit Anfang März gibt, ähm, ja, bestelle ich auch nochmal, dass die Absichtserklärungen eben unverbindlich sind, ähm, begründet wird das Vorgehen, dass man den Deal trotzdem gemacht hat eben von den beiden, also Adron und Vogt mit eben einem Zeitdruck unter der finanziellen Lage und dass man aus der Situation ja eigentlich nicht gut rauskommen konnte, so sehe ich es auch eigentlich, weil entweder man unterschreibt das nicht und der große und wichtige Deal für den VfB mit dem, so auch wieder, ne, Zitat, Wunschpartner scheitert speziell an Vogt oder so oder halt den anderen Leuten, aber vor allem ist es immer ein Vogt gehangenes Thema, ähm, man, oder man unterschreibt das Ding halt und schreibt diese Erklärungen und dann hat Porsche ein Druckmittel, ähm, dazu eben dieses Thema Versprechungsbruch, was aufgemacht wurde, Ausklärungsversprechen, ähm, sieht es heute auch als Fehler und wo wir beim Thema Fehler sind, auch hier ein Schub von mir, muss man auch ganz sagen, ich finde es gut, dass das jetzt so rauskommt, diese Prozesse und so weiter, wichtig für die Meinungsbildung auf jeden Fall, ähm, von Vogt, von Adron und so weiter und so fort, aber das, das, das hätte schon sehr, sehr viel früher passieren müssen, diese Infos jetzt im Nachhinein sind schön, sind nett, ne, aber jetzt ist halt, ja, Situation oder Zeitpunkt, wo nur noch Scherben aufgesammelt werden, so, also ich glaube, bei der Sagen ist auch so, dass man hätte früher kommunizieren sollen, ähm, und das bleibt wohl echt einfach ein Grundproblem beim VfB, ne, Thema Kommunikation und so weiter. Gehen wir zurück zum Vorgehen von Porsche und den anderen im Aufsichtsrat, weil, ich meine, ey, Porsche darf fordern, was sie wollen, aber sie müssen es ja auch nicht kriegen, ne, brauchen immer noch eine Mehrheit da drin, die haben sie bekommen, weil auch die Personen aus dem e.V. im großen Aufsichtsrat der AG haben es nicht verhindert, auch hier, der ist ja wirklich vergleichsweise groß in der Bundesliga, elf Stück da drin, offiziell sieben vom e.V., also Präsidium, die drei eben und noch vier Berufende, soweit ich das verstehe, äh, und vier Investoren, zweimal Mercedes, zweimal Porsche, von den sieben, ähm, e.V. dann ja auch dann nur drei direkt gewählt, ne, die aus dem Präsidium, die anderen werden ja quasi selber reinbestellt, dann werden natürlich quasi von denen reingewählt und bestellt, die man dann auch gewählt hat auf der MV, aber halt nicht direkt, ne, wenn ich es richtig verstehe, wie gesagt, hier auch habe ich kein riesengroßes Rechtswissen überhaupt nicht, deswegen korrigiert mich natürlich logischerweise gerne anstellen, wo es nötig ist oder wo ihr es für nötig haltet. Ähm, in den Kommentaren, äh, hier nochmal die offizielle Aufstellung auch, äh, mit Nebenposten, ne, Tanja Gönner ist ja jetzt die Vorsitzende, kann man auch schon nochmal drauf zu sprechen, ähm, ist nebenbei Hauptgeschäftsführerin BDI, du hast Peter Schimon, Mercedes-Benz Controlling, Franz Reiner, Mercedes-Benz Mobility, Lutz Meschke, Vorstand Porsche, Albrecht Reimold, Vorstand Porsche, Alexander Kläger, Präsident Mittelosteuropa von SAP, Tobias Röschel, Vorstand Jako, Beate Beck-Deharde hast du, Geschäftsführerin Beck GmbH und dann eben Klaus Vogt, Präsident VfG e.V., Rainer Adrien, Vizepräsident, Christian Riedmüller, Präsidiumsmitglied, die hocken da alle drin, ähm, und trotz der Überzeit derer, die im Sinne des Vereins agieren sollten, sag ich mal, kam der Rambo durch, ich behalte das Wort hier einfach mal so bei, ähm, und da darf man dann definitiv auch in Zukunft ein bisschen drauf schauen, würde ich schon so behaupten, was noch kommt, was noch angestoßen wird und so weiter, und das eben ohne, sag ich jetzt mal, irgendeine Vorverurteilung von Porsche oder sowas, ne, aber ein 5, irgendwas Prozent Investor sollte nicht so durchsetzungsfähig sein, äh, auch im Aufsichtsrat nicht so durchsetzungsfähig sein, wie eben der 78, irgendwas Prozent e.V., ne, so müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, ähm, ich glaube, es ist auch kein, kein, kein wilder Take von mir oder irgendeine wilde Forderung von uns Mitgliedern, ähm, im Aufsichtsrat auch da erstmal ganz, ganz simpel verglichen, ganz naiv verglichen, ne, aber im Aufsichtsrat sind, sind ja auch zwei von elf schon 18 Prozent, ne, aktuell haben sie 5 Prozent gekauft, irgendwann sind sie am Ende 10 Prozent oder ein paar Zerquetscher noch, jetzt sitzen da schon quasi 18 Prozent Porsche in diesem Aufsichtsrat, jetzt mal ganz simpel verglichen, ne, nächster Themenpunkt, eben das Versprechen aus 2017, muss man ehrlicherweise sagen, dass man jetzt natürlich 2017 ein bisschen hinterher rennt, haben auch immer wieder alle, äh, auch, auch, äh, ja, genannt, die auch da tiefer drin waren als ich zum Beispiel, 2017 war ich ganz sicher nicht tief in Vereinspolitik drin, bin auch jetzt sicher nicht so tief oder so wie andere drin, Vereinspolitik, aber versuch so ein bisschen hier mit reinzunehmen, was eben auch zum VfB gehört, ich würde es gefühlt einfach gerne eigentlich nicht machen, mir geht es eigentlich immer nur um Sport, aber es muss halt leider doch irgendwie ein bisschen sein, wenn das Thema so groß ist und wenn es so eine, ja, einfach so eine, so eine Tragweite hat, ähm, und wie gesagt, da rennt man so ein bisschen zu, dass 2017 hinterher, ähm, haben sich, glaube ich, auch damals schon einige dafür eingesetzt oder einige darauf aufmerksam gemacht, was so passiert ist damals, ähm, Thema Sicherung der Mitgliederrechte und so weiter wurde damals schon geschwächt, ähm, aber es wurde eben mit der Mehrheit für die Ausgliederung gestimmt, 84,2 Prozent waren das, der 14.000 Anwesenden damals, ne, das war schon eine ordentliche Abstimmung, jetzt kennen wir es ja eher mit irgendwie 1.000 bis vielleicht mal 2.000 oder sowas, ähm, damals übrigens hat der VfB 55.000 Mitglieder, jetzt haben wir mittlerweile, glaube ich, 95.000 oder ein bisschen mehr, ähm, damals ja, ne, man kennt es, kam auch nochmal hoch die Videos, geile Videos, äh, Erklärvideos mit dem VfB in den Top 3 grafisch dargestellt und so, ja zum Erfolg und so weiter, ähm, und auch da muss man ganz ehrlich sagen, sind wir auch selber irgendwo dadurch, durch die Ausgliederung ein abschreckendes Beispiel, weil da war ja nichts mit Erfolg, ne, die Kohle von der Ausgliederung war ja schneller weg, als man gucken konnte, Abstieg sehr schnell dahinter zur 19, ne, darf man nicht vergessen, Ausgliederung und Geld alleine bringt eben kein Erfolg, ne, es ist die sportliche Arbeit, sonst würde die Härte jetzt zum Beispiel auch Champions League spielen, wenn wir nach der Logik gehen, so, Kohle, Investoren, whatever, sind eben kein Allheilmittel, ne, dann eben 2. Liga, Corona und so weiter, ich würde mal meinen, dass die Ausgliederung mit unserem aktuellen Erfolg absolut nichts zu tun hat, so, genauso wenn nicht wie Porsche auch, ne, ist auch klar, der Erfolg aktuell kommt nur durch brutal gute Arbeit, Werle, Wohlgemut, Hoeneß, allen voran, auch noch irgendwo auf einer Basis von den Vorgängen, ne, was Kader und so angeht, Missentadrino und so weiter, ähm, weil, ey, brutal schwere Transferfenster finanziell, sehr angespannte Lage, wie gesagt, immer das zigfache einnehmen, für die was man ausgeben kann und so weiter, ähm, wenn wir jetzt nach der Saison wirklich Champions League spielen sollten, will ich da kein einziges Mal irgendeinen Porsche-Zusammenhang lesen, bitte, weil es hat damit nichts zu tun, ähm, und jetzt haben wir ja so ein bisschen die zweite Ausgliederung, ne, gleiche Prozentzahlen, welche von Porsche bekommen die Sätze im Aufsichtsrat, ähm, und deswegen auch da ein bisschen Vorsicht, sag ich mal, ähm, dass man da vielleicht auch wegen der ersten Ausgliederung aufpasst, aber zurück, damals auch für die Drama hat drum gewesen, 2017, ähm, ne, shady Marketing und sowas, tausende nicht vorhandene Stimmen, hatte ich so auch gar nicht groß mehr auf dem Set, wie gesagt, war damals sowieso nicht so groß drin, aber, äh, kam jetzt auch nochmal hoch, ähm, wurde 2017 auch nicht aufgearbeitet, dass wohl über 3000 Stimmen gefehlt haben bei der größten Abstimmung, ne, 3000 von 14.000, ne, das ist jetzt kein Thema, kein Thema von, da haben sich 3000 enthalten oder sowas, also nie im Leben bei so einer Abstimmung, schon ein bisschen komisch, auch Geschichten von komischen Stimmgeräten und sowas, ne, aber das ist sowieso, glaube ich, viel zu lange her mittlerweile, aber auch da gab es wirklich damals schon schwierige Themen, die aber auch wohl nicht aufgeklärt wurden einfach, das kam auch nochmal, äh, rund um die Datenaffäre nochmal hoch und ist eben jetzt auch nochmal, ähm, ja, äh, hochgekommen und nochmal aufgetaucht, ähm, das hätte man 2017 richtig aufarbeiten müssen, wie gesagt, ähm, hat aber wohl keiner, wohl damals auch schon kein großes Interesse daran, ich glaube, die waren alle schon ziemlich happy, dass man die Ausführung durchbekommen hat und was eben auch gab, das Versprechen an die Mitglieder. Der im eingetragenen Verein gewählte Präsident ist auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der AG und das eben zur Währung der Stärke des Vereins in der AG. Hadrion konkretisiert bei STR nochmal, dass es da um, um, um Präsidiumsmitglied statt unbedingt zwingend Präsident ging, aber gut, der Punkt bleibt am Ende des Tages trotzdem stehen, weil jetzt haben wir auch aktuell kein Präsidiumsmitglied, äh, ähm, ja, als Aufsichtsratsvorsitzender oder Vorsitzende in dem Fall, deswegen, ähm, das wurde sieben Jahre lang gelebt, dieses Versprechen, auch nochmal bestätigt bei irgendwelchen Dunkelrot-Gesprächen und so weiter und so fort, aber, und damit wird dann oft gegen die Wichtigkeit davon argumentiert, es ist eben nicht rechtlich bindend, ne, war glaube ich wirklich nur ein wörtliches oder gesagtes Versprechen, wie auch immer, steht nirgends, ist eben nur ein Versprechen in Anführungszeichen. Trotzdem, und das verstehe ich auch, hat es bei vielen Mitgliedern aber trotzdem eine große Wichtigkeit, war vielleicht auch für den einen oder anderen ein Nebengrund, um dann vielleicht doch für die Ausliederung zu stimmen, wenn man sagt, ja, eigentlich mag ich nicht, aber ey, wenn, wenn das so gesteht, dann haben wir wenigstens noch genügend Kräfte, äh, ja, in der, in der ausliederten AG und so weiter, weil es wirklich für manche ein kleines Argument, dass es nochmal, ähm, geholfen hat, damit sie für Ja gestimmt haben, für Ja zum Erfolg. Ähm, deswegen, da erinnert es für mich auch nichts daran, dass es nirgends steingemeißelt ist, so ist richtig. Und auch da muss ich sagen, kann ich verstehen, dass man es auch nicht für nötig gehalten hat, in dem Sinn, das zu tun, weil es wurde ja gelebt, so, es wurde nicht dran gerüttelt, sieben Jahre lang, so, ne, bis dann eben einer kommt, der darauf eingeht, der dann rüttelt, der das sieht, der diesen kleinen Graubereich, wie auch immer, sieht, allen voran, sage ich jetzt mal Porsche in dem Fall, ähm, die wollten das haben, damit sie einsteigen, dass die Rolle entmachtet wird, ähm, obwohl, wie gesagt, da wieder Thema Positionen und Personen, da war wohl eher die Person wichtiger als die Position, ich denke mal schon, dass sie ziemlich deutlich auch einen Vogt entmachten wollten einfach, und dann sind wir eben beim Thema Absichtserklärung, was wir vorhin ja schon kurz hatten, der große Kritikpunkt, ähm, vorhin schon viel dazu gesagt in Sachen Vogt und Atrium, ne, Kritik von vielen, dass sie die Mitgliederrechte damit auch verkauft haben, ne, kann man so sehen, ist auf jeden Fall, zumindest auf jeden Fall kein im Sinne der Mitgliederhandeln, wie da abgestimmt wurde von vielen, die eben auch durch die Mitglieder da reingewählt wurden, wo sie jetzt sind, ne, auch nicht alle, ne, einige auch nur indirekt, wie gesagt, durch Leute in den e.V. gewählt, die man auf der MV gewählt hat, ähm, aber eben nicht direkt gewählt, Beispiel Hertha, wurde da oft genannt, äh, oft genannt, ist wohl interessant, weil die wählen wohl auch alle im Aufsichts-, alle für den Aufsichtsrat auf der MV, wird das auch ein Thema, vielleicht kann man sowas auch anstreben, kann auch, ob das bei uns möglich ist, aber vielleicht kann man es auf die Tagesordnung packen, von der zukünftigen MV, ähm, und auch Tanja Gönner, jetzt in Vogts Rolle, hat kein Mitglied aktiv gewählt, so, wie gesagt, mindert ihre Eignung nicht, ne, aber das noch dazu, Handlung in der Gewählten, absolut schwierig, finde ich, ähm, auf der anderen Seite, vorhin auch schon angesprochen, aber nochmal, wissen die ja, dass sonst Porsche vielleicht nicht kommt, ne, ne, deswegen die Frage, lasse ich den Deal platzen und bin der Arsch, oder mache ich den Deal, breche auch das Versprechen und bin der Arsch, ne, also so gefühlt, egal wie ich es mache, ich bin der Arsch am Ende, ähm, da haben ja auch Vogt und Adrian selbst gesagt, ähm, dass natürlich das vor allem für Vogt sehr schwierig, weil der ja quasi im Mittelpunkt ist, dass du da machen konntest, was du willst, du wärst am Ende wahrscheinlich echt, egal wie, ähm, ja, kritisiert worden, und zu Beginn muss man auch mal sagen, das Weltmarkenbündnis wurde ja sehr positiv angenommen, also ich auch fand's am Anfang ziemlich nice und kann sich auch immer noch als sehr nice herausstellen, ne, nur die aktuelle Aktion, ähm, ja, macht das schon ein bisschen unangenehm, da drauf zu blicken und in die Zukunft zu blicken, ähm, aber auch da, es bringt ja auch nichts, es ist auch nicht zielführend, grundsätzlich eine Dämonisierung von Investoren, Sponsoren oder sowas zu haben, aber eben einfach eine gesunde Habachtstellung, ob der einigen Negativbeispiele halten, ne, wir hatten ja vorhin schon Hertha und so Geschichten, ähm, und wo wir schon beim Thema Versprechen sind, auch das ist mir ein wichtiger Punkt tatsächlich, ähm, gerade in der Vogtkritik, wie gesagt, ich halte mich weiterhin für, ich sag mal, recht neutral, weder pro Vogt noch Kontrafogt oder so, also wirklich in mir ist es mir wirklich recht egal tatsächlich, ähm, aber eben Thema neutral und so ist mir schon ein bisschen wichtig, ähm, weil hier Thema Versprechen oder eben Gleichbehandlung einfach oder gleich, gleichermaßen Themen einsortieren, wie man es jetzt zum Beispiel, also gleichermaßen pro Vogt Themen sehen, wie manche eben Kontrafogt Themen sehen und sowas, da gibt es teilweise schon sehr, sehr krankhafte Haltungen gefühlt, also gerade auf Social Media, ne, das ist natürlich auch nicht die, die Welt und auch nicht alle wirkliche Social Media, ne, äh, aber da auch in der, in der Hinsicht, worauf ich eigentlich hinaus will, Versprechen, Thema Punkt, Themenpunkt, Versprechen, gibt da viel Kritik daran, dass Vogt und eben auch weitere dann die Absichtsklärung, ähm, widerrufen haben, kann man kritisieren auch, aber da fehlt, wie gesagt, der Vergleich oder ein Vergleich, weil von vielen, wo wir das versprechen, recht schnell weggemacht, nach dem Motto, jo, selber schuld, bis sieben Jahre, sieben Jahre her, rechtlich nicht bindend, dann ist jetzt halt weg, ne, so im Sinne von, ja, selber schuld, ist schon alles in Ordnung, kriegt den Vogt da raus, wie gesagt, aus der, aus der Ecke kommt das meistens das Argument, ähm, aber dann finde ich davon dieselbe Haltung auch gerne bei den Absichtserklärungen leben, weil die sind, soweit ich weiß, und so wie es ja auch jetzt, ähm, dann rauskam nochmal, nicht rechtlich bindend, die sind auch nicht in Stein gemeißelt, ne, das ist nichts anderes als ein professionelles Versprechen oder am Ende des Tages dann eben, ja, ein Druckmittel von Porsche, für Porsche, wie auch immer, und wenn man jetzt sagt, ey, das von 2017 ist egal, weil war ja nur ein Versprechen, dann bitte auch nicht kritisieren, wenn eine Absichtserklärung nicht eingehalten wird, das ist auch nur ein Versprechen, wir sprechen hier von zwei gebrochenen Versprechen, nur das eine wird auf eine höhere, äh, ja, Waagschale gelegt, äh, wie auch immer, als das andere oder höher bewertet als das andere, deswegen auch da ist mir wichtig, den Vergleich damit reinzubringen, wo wir auch dann bei Vogt bleiben können, ähm, weil, wie gesagt, es kann sich als komplett richtige Entscheidung herausstellen, dass er entmachtet ist oder entmachtet wurde, ähm, kann alles komplett richtig sein, wird die Zukunft dann zeigen, ne, Schwierigkeiten habe ich nur tatsächlich, vielleicht wieder neutral oder, keine Ahnung, Aspekt Fairness oder keine Ahnung, wie, wie man es beschreiben möchte, ähm, habe ich halt nur mit den Vorwürfen, der allgemeinen Kritik und sowas, die man oft liest, ne, entscheidungsunfreudig, schlecht in Sitzung, und so weiter, damals der offene Brief von Hitzesberger und so Geschichten, was eben oft geschrieben wird, äh, bisschen Probleme, weil auch das, wie gesagt, wurde ja auch oft geschrieben von Kicker und so weiter und so fort, dass man das halt bisher auch nirgends klar festmachen kann, ne, es gibt keine klaren Beweise oder sowas in der Form, es sind einfach nur immer die gleichen Vorwürfe, ne, immer wiederholt, ne, kann man natürlich auch nach der Logik folgen und sagen, ey, wenn es oft wiederholt wird, wenn es alle sagen, dann stimmt das schon, aber muss es halt auch nicht, ne, kann auch einfach eine Agenda sein, ähm, Vogt war jetzt auch im großen Kicker-Interview, ne, und spricht da ja schon ein bisschen von einer Agenda gegen ihn als Person, auch da, auch das, wie gesagt, ne, Neutraleinordnung, klar, ist ein Interview, das Vogt selber gibt, und das in dem sich natürlich auch für sich gibt, ne, für sich am Werben ist, ist ja auch ganz klar, um sich den Lesern, Mitgliedern, Fans darzustellen, ne, ist klar, trotzdem, auch da wieder das Thema Meinungsbildung und so weiter, finde ich es wichtig, das mit reinzunehmen, weil interessante Punkte dabei sind, ähm, und er sagt eben auch, immer wieder aus derselben Ecke kommt das, die Kritik ist eine PR-Maschine und so weiter und so fort, ähm, sagt auch eben zu paar von Kritikpunkten, dass der VfB zum Beispiel immer handlungsfähig war, in Liga 2, in Liga 1, dass kein einziger Beschluss im Präsidium und auch im Aufsichtsrat jemals moniert wurde, Thema wurde auch diese Klausurtagung, die es gab Anfang Februar, da soll wohl auch noch keinerlei Kritik an Vogts, äh, Amtsführung, ähm, ja, ausgesprochen worden sein, da wurde auch noch von einer sehr guten Zusammenarbeit gesprochen und so weiter und so fort, deswegen, ne, ist in Ordnung, man darf es gerne äußern, man kann auch der Meinung sein, nur bisher wurde es halt nicht großartig belegt, ähm, wie es auch Vogt jetzt hier nochmal mit dafür sagt, die Vorwürfe gegen das Präsidium zum Beispiel auch, sind alle wohl widerlegbar falsch, ne, dann darf man auch dem ein bisschen Wertigkeit geben, was dann eben der Vogt zu dem Thema sagt, aber gut, am Ende des Tages kann man, kann ich sowieso niemanden davon abhalten, was er von Vogt hält, was er zu dem Thema hält oder so, nur ich versuche wirklich alles ein bisschen mit einzubringen, ohne mich jetzt in irgendeine krasse Ecke zu schieben oder sowas, wie gesagt, ob ich, ob, inwieweit mir das gelingt oder nicht, das ist dann auch an anderen, das zu bewerten, aber ich finde, dass ich hier nicht, dass ich weder irgendwie groß pro Vogt noch kontra Vogt bin, zumindest fühle ich das so in mir, sag ich mal, ähm, dass ich da jetzt keine irgendwie großen Tendenzen habe, ähm, auch hier wieder gut, wie gesagt, dass Vogt das Interview gibt, er führt da quasi das aus, was er im Statement sagt, oder im Statement über den VfB schon hat ankliegen lassen, was er gemacht hat dann, nachdem die Gönner, ähm, das übernommen hat, und dass es das Statement gab, das ja ohne, dass Vogt irgendwie zum, ja, zur Rede kam, dass er irgendwas sagen durfte, dass er dann selber so ein Ding rausgehauen gehabt, Statements, ne, Statements über Statements, kann man auch nochmal noch, nachher nochmal drauf zu sprechen, ähm, weil, klar, auch hier wieder Thema, Zeitpunkt ist halt Quatsch, Zeitpunkt ist Quatsch, wie gesagt, ist cool, dass das bringt, sondern ist für mich zumindest, für die Infos und so weiter cool, dass das bringt, äh, für die Informationslage, Meinungsbildung und so weiter cool, dass das bringt, ähm, wie gesagt, auch da ist ja jetzt auch nichts Neues oder so, oder irgendwas krass hinterrücks, sag ich mal, in dem Sinne, weil er hat da schon viel gesagt in seinem Statement, dann quasi darauf folgend, dass er da quasi jetzt erstmal, ähm, den Vorsitz nicht mehr hat, hat er viel anklingen lassen, jetzt ist er eben, im Klick nochmal detaillierter geworden, genauer geworden, ähm, aber auch hier wieder, bringen die Infos doch früher, bringen sie früher, transparent, kommuniziert, und so weiter und so fort, weil jetzt logischerweise stürzen sich natürlich viele drauf, dass er einfach nur seinen Arsch retten will, ne, und der Inhalt kommt halt so, nicht so hervor, wie er sollte, was halt eben auch Kacke ist, weil das ja auch dann für keinerlei allumfassende Meinungsbildung irgendwie positiv ist, wenn man dann wieder da sieht, äh, der rettet sich nur seinen Arsch und nicht ein einziges Zitat oder irgendwas, oder nichts, irgendwas Inhaltliches zum Porsche, äh, oder zum Verlauf des Porsche-Deals und so weiter, wie ja am Anfang gesprochen, ähm, aus dem Interview zum Beispiel, wenn man das dann eben nicht ernst nimmt, ne, deswegen auch da natürlich auch wieder Kacke und sich selber in eine Scheißsituation gebracht, bringen sowas früher, dass es nicht so wirkt, dass du dir nur den Arsch retten willst und sowas, ähm, auch da wieder Kacke, ne, wie gesagt, auch hier, ne, ich kann auch Kritik an Vogt äußern, weil das war einfach wieder Quatsch, ähm, weil wieder, ja, beziehungsweise am kompletten VfB, ähm, ja, Kritik äußern, in dem Punkt auch, weil Attenen sagt auch beim STR-Podcast, dass sie etwas überrascht wurden von dem Vogt-Interview beim Kicker, das halt auch wieder nicht mehr auszuhalten, ne, das Thema, die ganzen verschiedenen Statements, keine Absprachen, in dem Fall eben auch das Bild, das ja auch gerade immer wieder so ein bisschen rüberkommt, weil Statements gerade vor allem Adrian und Riedmüller mehrheitlich fürs Präsidium, zum Beispiel eben auch mit, in Kombination mit dem VfB und sowas, sich dann eben melden und Vogt wird da schon, wirkt da schon ein bisschen isoliert, ne, muss man sagen, ob das jetzt ein reines Vogt-Problem ist, keine Ahnung, aber da muss auf jeden Fall wieder Einheit herrschen, ähm, dass du nicht irgendwie drei Leute im Präsidium sitzen hast, zwei Leute schreiben zusammen was und der dritte schreibt alleine was, das ist irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen deppert, ähm, deswegen, wo man auch da nochmal was sagen muss, auch da wieder Thema, ich kann Kritik äußern an Vogt, ähm, wo er sich ein bisschen verrennt, finde ich, das Thema 50 plus 1, was er beim Kicker anspricht, ich finde es wichtig, dass man da aufpasst, nur wenn es darum geht, wie viel Macht ein Investor hat, eben das auch über seine offiziellen Anteilsprozente hinaus, weil du kannst, wie wir es ja gerade auch gemerkt haben, an dem Porsche-Ding, würde ich zumindest sagen, ähm, auch mit 5, irgendwas Prozent mehr im Verein wirken, als nur mit 5 Prozent, wenn ihr versteht, was ich meine, so, ähm, deswegen wichtig da ein bisschen drauf zu achten, bin ich auch dabei, gab genug Vereinsrechtler und so Geschichten, die bestätigt haben, dass bei VfB aktuell kein Problem mit 50 plus 1 hat, ne, da ist Vogt ja auch immer schon krass dahinter, ich glaube FC Playfair und sowas, ja, glaube ich auch dann wahrscheinlich, so ein bisschen aus dem, aus der Vergangenheit, ähm, äh, ist ja auch völlig in Ordnung, wie gesagt, aber bei uns beim VfB sicherlich noch ein bisschen zu früh, zumindest hoffe ich mal, dass es, dass es zu früh ist, dass dann eher die Vereinsrechte und sowas, äh, recht haben, so harte Worte zu wählen, dass das noch ein bisschen zu früh ist, aber wie gesagt, aufpassen darf man natürlich gerne bei sowas beobachten, wie weit sich, ja, die Einwischung des Kapitals, ähm, geht beim VfB nun deutlich zu weit und ist im deutschen Fußball einzigartig, wie es Vogt gesagt hat, wie weit sich das bestätigt oder eben hoffentlich nicht, ähm, auch hier trotzdem noch ein paar starke Sätze dabei von Vogt, also starke Sätze im Sinne von krasse Sätze, wenn sich jemand an einem DAX-Unternehmen mit gut 5% beteiligt, wählt der dort doch auch nicht als erstes den Aufsichtsratsvorsitzenden ab, den der Mehrheitsaktionär, also in unserem Beispiel der Mutterverein ausgesucht hat und der seit 6 Jahren im Amt ist, kann sich natürlich auch so über, ja, übernehmen quasi, übertragen, ähm, finde ich auch fair, den Satz, das in Ordnung gehen so zu bringen, aber, wie ich ja auch schon mal gesagt habe, was ja auch viele so sagen, was ich auch für eine gesunde Haltung halte, eine gescheite Haltung halte, man muss hier auch immer mehr, dann auch perspektivisch gerade auch immer mehr in Positionen denken, statt in Personen, ne, wie gesagt, Vogt entmachten, mag vielleicht die richtige Entscheidung gewesen sein, müssen wir abwarten, vielleicht war es auch die falsche, müssen wir abwarten, wie gesagt, ähm, aber eben diese verbundene Position des e.V. in die AG zu entmachten, das halt vielleicht nicht, ich glaube, daraus kann man vielleicht auch mit, mit Leuten, die, ich sag mal, ein bisschen härter gegen Vogt sind oder sowas, ich glaube, darauf kann man sich vielleicht da ein bisschen einigen und eben da einen Blick ein bisschen weg von Vogt richten in Richtung Position, weil, ey, ob man die je wieder bekommt, würde ich mal sehr stark bezweifeln, plus, wenn man den perfekten Präsidenten irgendwann hat, wo man sagt, ey, geil, jetzt so eine Regel wäre echt geil, hat man es halt damals schon kaputt gemacht, weil man vielleicht da eher darauf raus war, die Person rauszuhauen, als eben darauf zu achten, die Position zu wahren, das Versprechen und so weiter, ähm, zu wahren, die Stärke des e.Vs zu wahren, ähm, weil Beglieder unter e.V. wurden schlicht und ergreifend entmachtet, ist einfach so, inwieweit, wie hoch man das selber bewertet, ist immer die, ist immer die Frage, ne, aber rein grundsätzlich sind sie es einfach, es ist ja einfach so, durch die Aktion, ähm, und das, ja, sollte man dann eben auch trennen und beleuchten, klar, ist auch, nächster Themenpunkt, dass der Verein komplett durcheinander ist, vorhin schon kurz gesagt, Statement AG zur Gönnerübernahme, dann gab es das Statement von Vogt und vom e.V., dann Statement von Riedmann und Adrien und im e.V. äh, initiiert, dann Statement vom Vorstand, das ist einfach unfassbar, so, du hast, du hast null Eigentlichkeit, Einzelkämpfer, Leute sind von Leuten abgegangen, das Ziel muss jetzt ganz klar ein positives Miteinander sein, tut alles, was da hilft, auch diese vorgeschlagene Arbeitsgruppe und so weiter, in Ordnung, macht das, und da muss man sagen, ne, hat man vorhin schon angesprochen, dass dann die Vorstände aufgerufen haben, zur Ruhe, die ja aber auch mit beteiligt waren, ne, wie gesagt, am Deal mit Porsche, ne, Werle, Vorstand Finanzen, Vorstand Marketing und so weiter, die das ja quasi so ein bisschen auf den Tisch gebracht haben, so wie es ja vorhin erklärt wurde, oder in Interview vom Vogt und so weiter erklärt wurden, ähm, dass die dann quasi dann später kommen und zur, ja, zur Ruhe aufrufen und so, ist dann schon ein bisschen witzig, weil die werden auch auch gewusst haben von Absichtsklärungen, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, denen wird auch klar gewiss sein, wie Fans vielleicht darauf reagieren können und so weiter, und dann quasi zu sagen, so, hier habt ihr es auf dem Tisch, macht mal, und danach zu sagen, oh, ganz schön aus dem Ruder gelaufen, bringt mal Ruhe rein, ist dann auch witzig, dass gerade die, sag ich mal, ja, dann damit kommen, dass man eben zur Ruhe kommen sollte, ähm, und da auch nochmal, ne, Porsche, so neben allen quasi, so bei uns Prenz und Porsche, guckt einfach nur aufs Haus quasi, so ein bisschen, weil die müssen ja echt gerade so ein bisschen todlachen einfach, weil sie auch nach dem ersten Power-Move von denen, sag ich mal, bricht der Verein auseinander, so, das kannst du einfach nicht ausdenken, was hier passiert, was für handelnde Personen da am Start sind, so, wie wenig, wie wenig da nachgedacht wurde, wie schlecht und wie gar, wie man überhaupt nicht auf diesen Gegenwind sowas von nicht vorbereitet ist, ist unglaublich, ähm, und darauf haben dann eben jetzt auch die Fans oder Ultras oder Fangruppierungen, wie auch immer man es haben möchte, ähm, reagiert, auch in Hoffenheim zum Beispiel, Mitglieder verkauft und verraten, ihr habt zwei Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren, also eben bis zum Spiel gegen Heidenheim, Sonntag 17.30, und an dem Punkt kann man auch kurz zu dem Themenpunkt der Sport die Situation kommen, den mit reinbringen, denn darauf färbt es ja zum Glück nicht ab, bleibt auch so, also hoffentlich, ich bin da aber guter Dinge, weil, ehrlicherweise, was soll zum Beispiel ein Gerasi oder so das großartig jucken, ich sage mal, auch gerade die, die sich jetzt die Geschehnisse zum Beispiel noch übersetzen lassen müssten oder erklären lassen müssten oder sowas, ich glaube kaum, dass da irgendein Enzo Mio oder whatever, jetzt mal nur so als Beispiel, ähm, da groß drauf aus ist, dass irgendein Dolmetscher oder sowas oder irgendwer aus dem Team oder so ihm erstmal unser Organigramm erklärt, danach die Vereinspolitik und dann, was gerade Sache ist, also ich glaube, da bin ich erstmal weiterhin guter Dinge, ähm, dass man, dass man da, ja, dass die Jungs das einfach machen, dass die Jungs das ausplätzen, weil es war ja oft so, dass es eben sportlich scheiße war und auch dann eben gleitet sich auch vereinspolitisch, Thema Abstieg, Thema Dietrich vor allem so als Höhepunkt, ähm, aber das scheint jetzt nicht so zu sein, ist auch gut so und gleitet sich auch das, was dann trotzdem eben mit dazu am meisten ankotzt, weil, ey, die Truppe ist geil, die Trainer und Team dahinter sind geil, die Fans sind gehypt, das ist die beste Saison der Vereinsgeschichte, man müsste eigentlich am Beispiel letzten Saison eigentlich um die Meisterschaft mitspielen, ne, rein von Punkten her, aktuell nach 26 Spieltagen wären wir sogar auf Platz 1 in letzter Saison quasi, wenn man es darauf übernimmt und trotzdem gibt es ja diesen Kindergarten, trotzdem, so, diesen Antrieb durch Eigeninteressen, Nebenschauplätze und so weiter, es ist unfassbar, wie man sowas in so einer Situation losreißen kann und dann, wenn man es von mir aus schon in Sachen von Absichtserklärungen und so weiter und so fort und den Porsche-Dill nicht platzen lassen wollen, quasi schon unabdingbar losreißt, dann eben noch dazu, so unfähig ist, es zu kontrollieren, darauf zu reagieren, so, das ist mal ganz, ganz simpel formuliert, VfB ist sportlich, gerade Champions League-Kurs und vereinspolitisch bestenfalls Abstiegskampf, will jetzt noch nicht das große Ding von 2. Liga aufmachen, aber bestenfalls Abstiegskampf aktuell, das ist absoluter Vollwahnsinn, jetzt haben wir eben die Frau Gönner oben an der Spitze im Aufsichtsrat, die war jetzt auch schon in ein paar Interviews, sie will nicht für die EV-Präsidentschaft kandidieren, sieht sich als Übergangslösung und auch ganz witzig, was bei ihr noch ein bisschen dazukam auch, ist, dass sie damit beauftragt wurde, wie man im Aufsichtsrat nun mit dem Porsche-Einstieg und den Forderungen von Porsche umgehen könnte, das zu moderieren, so wie ich das verstehe und am Ende sitzt sie jetzt tatsächlich ganz oben, wurde da reingewählt, witzig auch da, Vogt hat sie damals auch mit im Aufsichtsrat gewählt haben und auch im Fugner View kommt er kurz zu ihr zu sprechen, Vogt sagt da auch ganz hart sogar, dass sie sich in einem Statement nach ihrer Wahl auf die Investorenseite gestellt hat und sollen wohl alle der Meinung sein, dass man einen Präsidiumsmitglied da perspektivisch hinsetzt, kommt von allen raus, Gönner und so weiter und so fort, das wäre, wie gesagt, auch zumindest ein Schritt zurück zur Normalität, wenn auch nicht komplett, wenn man das Versprechen am Begriff Präsidenten festmacht, dann ist er nicht komplett, aber wenn man es darauf festmacht, wie es Herr Aschmann angesprochen hat, ein Präsidiumsmitglied, dann wären wir zumindest in der Normalität wieder zurück in Sachen Versprechen von 2017 und auch das Versprechen macht sie ein bisschen klein, wie ja auch viele andere, eben auch gerade eben viele andere von der Seite, die das durchbringen wollten und das eben dadurch klein geredet haben, das Versprechen zu brechen und nach dem Motto, war ja 2017, nach dem Motto, lass mal Vergangenheit mal Vergangenheit sein und so, Dinge haben sich weiterentwickelt, da können wir nicht ewig drauf hängen bleiben, klar, nicht ewig, aber ich finde ein bisschen mehr Wertschätzung oder ein bisschen mehr, ja, das Ding ein bisschen höher heben, darf man dann glaube ich schon, finde ich. Auch zu ihr gibt es ein bisschen Kritik aus ihrer Politikkarriere, aber da bin ich ganz ehrlich, will ich jetzt auch gar nicht mehr tiefer reingehen und mir da jetzt irgendwo was rausrecherchieren von irgendwie vor ein paar Jahren oder sowas, wenn das kann man da eher rauslassen, du wirst gefühlt bei jedem irgendwie Scheiße am Stecken finden, hast ja auch schon gesehen beim Thema Porsche, ich glaube da Meschke war es, wo irgendwas rauskam, vor kurzem hast du Schlagzeilen gemacht mit irgendwelchen Anzeigen und so Geschichten, du wirst wahrscheinlich bei so großen Positionen oder Politikpositionen oder großen Vorständen, großen Weltmarken und so weiter, im seltensten Fällen, würde ich mal unterstellen, geht da bei jedem alles immer sauber. Also ich glaube, du wirst gefühlt bei jedem irgendwas finden. So, deswegen kann man es glaube ich ein bisschen rauslassen in dem Sinn und wäre auch glaube ich ein bisschen unfair ihr gegenüber, die ja auch noch ein recht unbeschriebenes Blatt ist für uns, glaube ich, Mitglieder und eben auch auf Position eben jetzt des Vorstandsvorsitzenden oder Vorstandsvorsitzenden, der der AG ja auch noch nichts groß getan hat oder sich nichts hat vorzuwerfen lassen oder so, weil sie eben nur ein paar Tage sind und sowas. Deswegen belassen wir es mal dabei und gucken mal, was das bringt, ob sie es besser macht als Vuk, was sie besser macht als Vuk und so weiter. Da ist, glaube ich, eine Politikkarriere, nicht den größten Einfluss darauf zu haben, wie man sie jetzt gerade als AG-Vorsitzende sieht, würde ich mal so zusammenfassen, sage ich mal. Sie sagt auch, hat auch ein paar Sachen von Vogt übernommen, hat es ja auch so gesagt, keiner größer als der Verein und so weiter, was man jetzt an der Aktion ja auch schon ein bisschen hinterfragen kann oder ein bisschen, ja, überlegen kann, ob das noch so stimmt, weil wir für mein Dafürhalten ist der Verein noch seine Mitglieder, der eingetragene Verein. Porsche kann ja auch mit der Ansage von wegen der Heimat verbunden und sowas statt jetzt hier gewinnorientiert reinzustarten oder sowas. Brauchen wir uns auch nicht naiv zu sein. Natürlich wollen die Mitspracherecht, natürlich wollen sie was für ihr Geld, aber vom Ding her kam es offiziell mit Heimat verbunden und für den VfB den VfB stärken und andere bitte auch mit einsteigen und bla 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 und herzensangelegenheitmäßig. Daran dürfen sie dann trotzdem auch messen, auch wenn wir natürlich auch selber, wie gesagt, nicht naiv sein dürfen, dass wir jetzt erwarten, dass sie ihr Geld geben und dafür absolut nichts wollen. Aber hier war der Porsche-Deal wohl offensichtlich größer als der Verein, größer seine Mitglieder, über 90.000 Mitglieder oder mittlerweile glaube ich sogar schon über 95.000 Mitglieder sind wir. Gehen wir wirklich tatsächlich auf die 100.000 zu. 78,2% eingetragener Verein, 10,4% Mercedes, möglicherweise 10,4% Porsche, 1% Jako. So stehen wir da. Über 130 Jahre Vereinsgeschichte, Meisterausschussführer diese Saison in der Bundesliga aktuell sind immer noch die, die die 60.000 ausverkaufen. So, es waren ja auch damals nicht umsonst sehr viele Vereine nah der Insolvenz bei Corona, also wenn wir die Zuschauereinnahmen fehlten, das wird auch bitte gerne nie vergessen, sowas, ne, die Laberei von zurück zur Basis und der Fußball normalisiert sich und bla bla bla, ein Scheiß, nichts ist passiert. Für Soli-Tickets ist man noch gut genug, habe ich auch selber gekauft, aber Mund aufmachen, nee, ganz ruhig bleiben bitte. So, ihr seid nur Mitglieder, was wollt ihr denn mitreden und so, lass mal die Großen machen, so ein bisschen, ne. Deswegen, auch da dürfen sich dann auch die Fans einmischen, aber da dauert es natürlich die Organisierten, ne, Ultrakroppierungen, Fangruppierungen, Fanklubs und so weiter, zu denen man natürlich auch Themen stehen kann, wie man will, ne. Ich bin denen ja auch nicht 100% positiv gegenübergestellt, ne, Thema Stadionvlog und sowas, Stadionvlogs und so, habe ich auch schon auch angesprochen, da bin ich absolut nicht der Meinung und auch, finde auch nicht alles geil, was die machen, ne. Aber das Wichtigste ist halt der Inhalt, wie auch schon vorhin gesagt, wie auch damals bei der DFL-Investoren-Geschichte schon und da gab es einen ordentlichen Knalljahr, das Statement von der Cannstatter-Kurve, es reicht und wie gesagt, das ist auch ein Statement der Cannstatter-Kurve, ne. Nicht spezifisch Kommando Cannstatt, nicht spezifisch Schwabensturm, sondern ein Statement vieler, auch ein Zeichen, haben nun auch noch ganz frisch die Unterstützerliste veröffentlicht, habe es mal nicht perfekt nachgezählt, aber so schätzungsweise so ein bisschen grob gezählt, es waren schon echt so um die 160, 175 Gruppen oder so, die da drunter standen, also sehr, sehr ordentlich und da muss man auch mal sagen, so ganz simpel verglichen, der VfB hat das nicht geschafft, etwas Einheitliches zu bringen, deswegen das Ding hat auf jeden Fall gesessen und das eben auch hier auf den Verein bezogen, es gab, glaube ich, wirklich nur einen Satz zu Porsche, dass sie eben die angespannte 24-Lage des VfB genutzt haben, sonst geht das Ding wirklich komplett auf den Verein, weil das heißt ja auch, die Fans, die einfach nur Porsche nicht haben, immer so grundsätzlich gegen Investoren, ne, hier wird der Verein mal komplett auseinandergenommen in diesem Statement und eben seine Repräsentanten logischerweise, ein sehr starkes Ding, auch inhaltlich, wie gesagt, kann man absolut mitgehen, das jetzt hier vorzulesen, komplett vorzulesen, würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen, glaube ich, würde zu lange gehen, deswegen lest es euch gerne durch und da, ne, paar Sätze mal raus, einfach genervt davon, von den ständigen Grabenkämpfen seit 2017, Rundumschlag mit eben Aktualität mit drin, Statements jetzt zum Beispiel, es muss an dieser Stelle die Frage gestartet sein, ob es den Personen, die in den jetzigen Zeitpunkt zur Revolte mit der Neubesetzung des Aufsichtsratsvorsitzes gewählt haben, wirklich um das Wohl des VfB geht, das Vertrauen in die Integrität des Verhältnisses zwischen Porsche und dem VfB sowie in die handelnden Personen sind von Anfang an massiv beschädigt und auch hier, wie immer, alles im Sammelding in der Videobeschreibung, ne, haben auch den Satz gebracht zum Beispiel, es geht hier im Kern nicht um die Person Klaus Vogt, sondern um das Amt des Präsidenten des e.V. und die bestmögliche Vertriebung der Mitgliederinteressen in der AG, ne, und ich glaube, damit kann man es ganz gut zusammenfassen, auch darüber hinaus interessant, dass sie sich auch aktiv eingebracht haben, ne, sieht man vielleicht auch nicht so oft, bekommt vielleicht auch nicht so oft die große Aufmerksamkeit, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel, dass sie im Juli 2023 einen Entschlichtungsantrag gestellt haben, wegen eben der Zerstrittenheit innerhalb des Präsidiums, auch auf der Mitgliederversammlung 2023 gab es kritische Worte vom CC an alle Gremienvertreter, im Nachgang auch nochmal einen Brief mit klaren Forderungen vom Schwabensturm und nun eben die ganzen Aktionen, wie hat alles schon durchgegangen gerade, das hat nun quasi final das Fass zum Überlaufen gebracht, die Geduld ist am Ende, das Präsidium als Ganzes sowie die einzelnen Personen sind für uns hiermit endgültig gescheitert, das ist knackig und wir fordern einen sofortigen Rücktritt des gesamten Präsidiums des e.V., namentlich Präsident Klaus Vogt, Vizepräsident Rainer Adrien und Präsidiumsmitglied Christian Riedmüller. So, im Verkauf und Verrat der Mitgliederrechte ist die Vertrauensbasis endgültig komplett zerstört, erschwerend hinzukommt die Zerstrittenheit und damit einhergehende Schwäche als Präsidium des e.V. Eine ruhige Zukunft kann es so nicht geben. Das ist knackig und auch das nochmal zum Thema Ultra-Präsident Vogt, wie es ja oft benannt wird oder wie er oft benannt wird, auch der kriegt gehörig sein Fett weg in dem Statement. Riedmüller auch, hat er auch scheinbar schon auch mal im März 2023 das Ausführungsversprechen infrage gestellt, ja in einem Interview oder in einem Artikel irgendwie sowas in die Richtung, gerade auch zwischen ihm und Vogt soll es wohl viel Stress gegeben haben, immer wieder nun aktuell auch ein Statement des CC zu ihm herausgekommen, tatsächlich spezifisch auch ganz prangt aktuell, Thema Zukunft VfB, eine Initiative, die sich gegen die Forderungen aus dem Kanjana-Covid-Statement stellen will und Unterstützer sucht und sie wollen im Kern Anders Vogt zurücktritt und Riedmüller und Adrien erstmal bis zur nächsten MVM anbleiben. Die PDF davon ist auch in der Stellungnahme drin vom CC, also die Stellungnahme von dem Zukunft VfB Ding ist in der jetzigen Bericht, sag ich mal, dem jetzigen Artikel vom CC mit drin über Riedmüller, so rum ist richtig und ja, die haben es erhalten, wie gesagt, auch reingepackt und als Verfasser steht da Riedmüller, Christian drin. Das ist schon auch wild, weil Inhalt ist ganz klar kontra Vogt, ist ja auch in Ordnung, wie gesagt, immer dieselben Kritikpunkte auch und nochmal Hitzesberger angesprochen und so weiter und so fort und das kommt natürlich schon sehr geil um die Ecke, wenn der Riedmüller tatsächlich an einem Statement beteiligt sein sollte, konjunktiv, Vermutung und so weiter, in dem eben steht, dass Vogt weg soll und die beiden anderen erstmal bleiben bis zur MV und dann eben Thema, ja, Vertrauensfrage und so weiter gestellt wird. Riedmüller hat auch schon reagiert darauf, kam ja auch mal zugute heißen, schon schnell reagiert, laut ihm hat das nicht verfasst, sondern korrigiert, auf Formalien, wie er schreibt, ihr merkt schon, ich habe so ein leichtes Lächeln im Unterton tatsächlich, weil inwieweit man das abnehmen kann, soll, ich weiß es nicht. Ich habe das gelesen, ich habe das gesehen, ich habe aber nur auf Formalien geachtet und das zurückgeschickt und so Geschichten. Er sagt auch, nicht inhaltlich beteiligt gewesen, er kennt aber die Initiatoren und kriegt persönlich Kontakte, geht auch ein paar von den Punkten wohl mit, hat er geschrieben, wenn auch nicht alle oder quasi geht ein paar Punkte mit aus dem Statement, wenn auch, wenn er damit inhaltlich nichts zu tun hatte, so, aber das finde ich schon schwierig, sich an sowas zu beteiligen, wo das eben drinsteht, von wegen Vogt muss weg und sowas, also quasi Forderungen, ja so mitzugehen, obwohl man beim VfB immer noch offiziell so eine Stelle hat und ich meine dieses Ding von ich habe da nichts mit zu tun, ich habe nur Formalien geprüft, der Bruder ist es trotzdem gelesen und alles, du bist trotzdem beteiligt an sowas und so einer Initiative wieder, das ist alles schon sehr, sehr schwierig und das muss halt wirklich auch überhaupt nicht sein und zeigt auch nochmal, wie zerstritten da alle sind und auch das war so ein bisschen eine Hinterrücksaktion, gehen wir zurück zum Ausgang mit dem Statement der Kanzler Kurve, auch da nochmal ganz klar, natürlich sprengen sie nicht für alle, auch nicht für alle in der Kurve, haben wir ja gerade nochmal gehabt, gibt auch eine andere Initiative mittlerweile, aber haben eben Einfluss, wie vorhin gesagt, diese 175 oder so was da waren Gruppen, also war schon sehr viel Einheitlichkeit oder sehr viel Einheit da, aber Einfluss vor allem eben auf eine MV, weil wenn von diesen über 90, 95.000 Mitgliedern eben wieder 1.000, 2.000 kommen in den letzten Jahren, dann werden die auch wieder zahlreich erscheinen und sich für die Mitglieder oder sich für ihre Interessen, die Mitgliederinteressen und so weiter eben einsetzen mit Reden, mit Briefen, mit Austausch, Riedmüller, Adrian und so weiter und so fort, also natürlich haben sie ein bisschen eine Wirkung und auch fairerweise eine Wirkung, weil sie eben auch sehr viel für den Verein tun, so, deswegen finde ich, das kann man dem folgen, dem Statement, interessant auch, dass sie sich sogar für ein kurzes Video beim SWR gestellt haben, also auch da sogar nochmal proaktiver vorgegangen, weil sonst ja Gesichter, Vollnamen und so weiter und so fort, habe ich auch miterlebt, dann eher No-Go bei denen, also eher unbedingt Ultrakopierungen und so was, dass irgendwo Gesichter zu irgendwelchen Leuten da sind, ich meine, der das jetzt da gemacht hat, ich glaube, der ist eh mehr oder minder schon bekannt, glaube ich, auch von irgendwelchen Reden und so was, das war jetzt kein unbekanntes Gesicht, aber zumindest auch mal wirklich ein anzurechnender Schritt, würde ich mal in dem Sinne sagen und da auch nochmal, Thema Ultras und Kommunikation und so was, wurde auch berichtet von einem Schreiben, wurde vor diesem Schreiben, so rum, vor dem Schreiben von dem CEC, dieses Statement mit Jetzt reicht's, berichtet von einem Treffen, das es gab in den Ultra-Räumen, nämlich vom Vertreter von Kommando Cannstatt und vom Schwabensturm mit Riedmüller und Adrien, so, also es gibt wohl auch Ultras, mit denen man reden kann, auch mit dem Vorurteil so leicht aufgeräumt, sag ich mal, da gibt es solche und solche mit sehr großer Sicherheit und da kam auch nochmal raus, dann danach, Rücktritt kommt nicht in Frage, also von Riedmüller und so weiter, haben sie auch offiziell reagiert so, man nehme die Vorbiffe sehr ernst, hat aber auch Verpflichtungen den anderen Mitgliedern gegenüber, ich denke mal, da wird eben dann gemeint sein, dass sie eben von allen Mitgliedern gewählt wurden, ist auch völlig fair, das so zu sehen, völlig in Ordnung, die auf der MV kommen, die 1.000 bis 2.000, die ja gewählt haben zum Beispiel, haben eben nicht nur die Ultras, weil nicht nur die Ultras haben die Leute reingewählt oder wählen die Leute da raus, sondern eben alle, die da waren, werden auch da welche dabei gewesen sein, die sich eben nicht so einem Ultra-Statement und den Forderungen von Rücktritt und sowas anschließen, wie wir es ja eben schon hatten, mit Zukunft VfB und sowas, deswegen völlig fair, das so zu sagen, finde ich, war von Beginn an eigentlich auch klar, dass du sowas nicht nachkommen kannst oder dass sowas nicht nachgekommen wird innerhalb von zwei Wochen, zu sagen, jo, komm, dann machen wir das halt, dann tritt man halt alles zurück, ist aber klar, dass es nicht passieren wird so, aber finde ich auch fair, das so zu sagen, jo, machen wir nicht, aber eben zum Thema, dass man das eben auf einer MV dann machen könnte, weil die Einzigen, die sie abwählen oder eben wählen, ist die MV am Ende des Tages, darauf sprechen sie eben auch an, würden sie eben dann auch stellen und deswegen wurde auch in den Raum gestellt, da schon vorzuverlegen, die nächste MV auf den nächsten möglichen realisierbaren Termin und auch hier, wie gesagt, viel geskriptet, viel Zeit vergangen, seit ein paar Tagen und auch damit war mittlerweile was geschehen, die ordentliche Mitgliederversammlung wurde angekündigt, für den 28. Juli, einen Sonntag, weitere Infos folgen da erst noch, war wohl auch letztmöglicher Zeitpunkt, um es anzusetzen, weil es gibt ja wohl eine vier Monate Frist, das heißt, der 28. März so es angesetzt wurde, letzter möglicher Tag, das anzukündigen, auch interessant, Adrian im STR-Podcast gesagt, sie wollten es wohl schon auf den 13. Juli legen, aber das war dann eben nicht drin, mit den vier Monaten, beziehungsweise wäre drin gewesen, aber dann wäre es keine ordentliche MV gewesen, sondern eine außerordentliche MV, heißt, wenn du eine außerordentliche hast, musst du danach auch nochmal eine normale MV ansetzen und quasi nochmal eine Zusatz-MV machen und das wollen sie dann wohl nicht machen, so wenn ich es so richtig verstanden habe und da kann man dann eben ja handeln, Aktionen durchführen, Dinge auf die Tagesordnung bringen, Abwahlanträge, Satzungsänderung und so weiter und so fort und es bleibt ja auch am Ende des Tages das größte Organ des Vereins, die MV, steht auch so drin in der Satzung, in Texten, auch das war auf einem Band im Blog in Hoffenheim zu sehen gewesen und auch da gab es eine Stellungnahme dazu, eben die gremienübergreifende Arbeitsgruppe, die legt jetzt los, zu strukturellen Zukunftsfragen, Adrian übernimmt die Leitung, wichtig und gut zu lesen ist, dass sie die Mitglieder transparent mitnehmen wollen, kommunizieren wollen und eben die Mitgliederversammlung das höchste Organ des Vereins ist und darüber entscheiden soll und damit eben auch die MV angesprochen, auf der sie dann eben, vorhin schon kurz angesprochen, auf der sie dann Riedmöder und Atrion, von denen auch mehrheitlich für das Präsidium die Stellungnahme mit dem Vorstand zusammen kam, also ohne Vogt, deswegen eher auch kein Thema drin in dieser Stellungnahme, es wird oft gerade gesagt, dass er auf der Dienstreise ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es da wirklich einfach gerade wirklich eine Isolation gibt, keine Ahnung, ich meine, auf der anderen Seite hat Vogt jetzt auch das Interview gegeben, ich weiß nicht, wann es gemacht wurde und wann es dann offiziell rausging, das Interview von Vogt, aber das wäre wieder ein Gegenargument, dass jetzt irgendwie eine Dienstreise liegt oder sowas, das ist nur Spekulation meinerseits, kann man wieder vergessen in den Gedankengang eigentlich, aber der war eben da nicht mit drin, aber die beiden, Atrion und Riedmöder, wollen sich dann eben der Vertrauensfrage stellen, ob sie bis zum nächsten MV 2025 dann, wo dann ja wohl dann erst wieder reguläre Wahlen sind, zu Präsidium und Vereinsbeirat, ob sie eben bis dahin wenigstens, so wird es auch reingeschrieben tatsächlich, bis dahin wenigstens die Geschäfte weiterführen sollen und dann eben, ja, auf der MV 2025 nochmal dann drüber abgestimmt wird und die MV 2025 tatsächlich soll dann auch idealerweise schon ein bisschen früher kommen als sonst, wie gesagt, die ist ja meistens so September-mäßig in die Richtung und die jetzt, jetzt die auch schon vorgezogen auf Ende Juli, ne, und die jetzt eben Ende März, Anfang April, das auf jeden Fall auch sehr interessante Neuigkeiten, generell auch ein sehr angenehmes Statement, würde ich sagen, Vogt selbst, gut, braucht er jetzt auch nicht, sich groß zu melden, weil er hat ja schon im Kicker-Interview getan, wie gesagt, und auch der hat ja schon gesagt, dass er nicht zurücktritt und das ja auch aus demselben Grund, nämlich, dass ihn DMV abwählen müsste, das kam so auch klar durch in dem Interview, das heißt, der Weg ist der gleiche, quasi wie auch Adrien und Riedmann nach dem Motto, wir machen hier nichts selber, zurücktritt machen wir nicht, aber wenn die Mitglieder, durch die wir hier überhaupt da sind, uns auch abwählen, dann nehmen wir es an, logischerweise und das ist auch die Selbehaltung von Vogt, also hat es jetzt in dem Hinsicht auch irgendwie eigentlich gar keinen Randsatz mehr zu Vogt gebraucht im offiziellen Statement, weil die Haltung ist ja eh auch schon klar und nun natürlich auch die Frage, was möglicherweise am Sonntag passiert, denn es wird ja eher nichts von den Forderungen bis Sonntag umgesetzt werden, ich sage, ein paar Sachen sind passiert, vor Verlegung von der MV, gab ja offensichtlich auch Aussprachen oder Diskussionen oder Treffen hier von den Ultras mit Adrien und Riedmüller, in dem Fall, aber sicher auch sowieso schon ein Statement rausgehauen und so weiter und so fort, sehr viel Reaktion, jetzt die Arbeitsgruppe und so weiter, Interviews, sich in den Podcast gesetzt und so weiter und so fort, das gab es ja schon viele Reaktionen, auch viel inhaltliche Reaktionen in dem Themenbereich, sage ich einfach mal, vielleicht nicht spezifisch auf das Statement von der Kurve, aber eben in dem Themenbereich, deswegen weiß ich, wie zufrieden man jetzt mit der Reaktion ist, wie gesagt, Thema MV vorgeschoben, ist das zumindest ein Thema schon mal, aber auf jeden Fall sein wird glaube ich Banner, Gesänge, die Frage ist eben, was darüber hinaus passieren könnte, kommen wieder Tennisbälle oder sowas, muss man einfach so ganz simpel mal in den Raum werfen, um das Spiel zu unterbrechen und eben nochmal mehr Aufmerksamkeit auf sich zu richten und dann eben auch Banner, Kritik und so weiter und so fort, Gesänge wieder, ich glaube, mehr wird dann nicht passieren, das Ding zum Abbruch bringen werden sie glaube ich nicht, ich meine, das haben sie auch in den DFL-Investoren-Geschichten ja auch nicht gemacht, war auch nie das Ziel von denen, das hätten sie ja auch nie, nie gemacht, weil immer nur maximal eben Spiel unterbrechen, um eben ihre Message rauszubringen, eben Fokus auf sich zu schieben, weil sonst hast du den Fokus ja nicht, aber auch da glaube ich, Thema Fingerspitzengefühl sollte hoffentlich passen, weil ich meine, es geht immer noch bei uns auch um die Champions-Sieg, Europa mit dem Sieg, klar machen am Sonntag und so Geschichten, angeschlossen an das Statement von der Kancha-Kurve, gibt es nun auch ein Motto, was angekündigt wurde, alle in schwarz, das setzt auch schon mal einen ziemlich düsteren Ton, mal sehen, was dann eben kommt noch, wie gesagt, solange es kein Stimmungsboikott ist, das wird mich mies ankotzen oder lange Spielunterbrechungen, wäre kurz in Ordnung, aber jetzt irgendwie Ewigkeit anzuhalten, wäre auch sehr, sehr störend, kann ich damit leben, weil wie gesagt, Fingerspitzengefühl, du darfst deine Message raushauen, 100 Pro, hast Statements gemacht, Banner, mach Gesänge, kleidig in schwarz, alles fein, glaube auch für die meisten Fans fein, aber ohne eben den sportlichen Erfolg zu stören, weil das will man ja nicht, ich glaube, das waren auch die Ultras nicht, deswegen, denn hier auch ganz klar, nach dem Leidzeit sollten auch alle agieren, so kann man es immer zusammenfassen beim VfB, dieses große Banner, von wegen, boah, jetzt kriegst du auch nicht 100% zusammen, aber egal welcher Präsident, egal welche Spieler, die einzige Konstante sind, wir Fans, ich glaube, der einen Spruch zum Beispiel, aber eben vor allem, der mit, ja, der Leidsatz, nach dem alle agieren sollten, wie gesagt, keiner ist größer als der Verein, keiner ist größer als der VfB, keiner ist größer als, ich sage mal, auch das sportliche, sportliche Erfolg, eben damit auch verbunden, die Entwicklung des Vereins, die positive Entwicklung des Vereins, und so weiter und so fort, und dem haben sich alle, ja, unterzuordnen, wenn es hier darum geht, Ruhe reinzubringen, wenn es darum geht, Leute aufzuklären, Mitglieder mit reinzuholen, wenn es darum geht, Sachlagen zu erklären, und so weiter und so fort, einfach im Interesse des Vereins zu handeln, im Interesse des Erfolgs des Vereins zu handeln, damit kann man es wie gesagt zusammenfassen, weil da gibt es an sehr, sehr vielen Ecken sehr, sehr viele Fragezeichen, ob das gerade bei allen 100% angekommen ist, und dann hoffe ich mal, um auch das nochmal hier quasi von vorhin mit reinzunehmen, dass die Fans da zumindest schon mal einen guten Start machen, und dann eben in dem Rahmen, dass man das noch so nehmen kann, im Sinne von, keiner ist größer als irgendwie der Verein oder irgendwelche Interessen oder sowas, dass man das in dem Rahmen dann eben am Sonntag macht, mit Protesten und so weiter, bei anderen Gesängen, wie auch immer, bleibt abzuwarten. Ich bin wirklich gespannt, noch bin ich recht ruhig, aber ich bin echt gespannt darauf, was am Sonntag genau passiert, aber um, oder was eben sowieso generell in der gesamten Thematik passiert, das ist ja auch ganz klar, aber eben jetzt hier im Zukunftsmäßigen gesprochen, eben am Sonntag für Spiel, wo ja auch die Anerkennung kam, von wegen in zwei Wochen und sowas, müssen wir mal gucken, erst mal Motto, alle in schwarz, danach schauen wir weiter, wie gesagt, aber als letztes, und noch mit einem kleinen Gag zu beenden, ein bisschen was Witzigeres reinzubringen, zu dem bisschen düsteren Thema hier insgesamt, auch dem düsteren Ende, sag ich mal, der VfB ist ein neues Format, auf YouTube tatsächlich, wer lügt, wer sagt die Wahrheit, und da habe ich einen absoluten Premium-Tweet gesehen dazu, ich glaube, die erste Folge war mit Bredlo und Stille, wenn ich es richtig gesehen habe, aber Folge 2 dann mit Präsidium und Aufsichtsrat, Fragezeichen, Weltklasse-Tweet, absolut grandios, wie gesagt, neues Format, wer lügt, wer sagt die Wahrheit, Folge 2 mit Präsidium und Aufsichtsrat, auch da wieder geiles Timing, so ein Format mit so einem Titel in so einer Lage aktuell zu bringen, Weltklasse, und ich glaube, damit habe ich wirklich so ziemlich alles angesprochen zur Thematik, tatsächlich, ist ein unfassbar nerviges Thema, sollte eigentlich, so hätte ich es auch gerne, eigentlich nur ums Sportliche gehen, so hätte ich es, wie gesagt, auch gerne, aber für mich gehalten, auch so auf dem Kanal und so, aber auch gemerkt, wie lange der Zeit, wie lange Zeit der Quatsch hier einnimmt, in Anspruch nimmt, aber, ja, muss halt leider sein, irgendwo, irgendwie musst du es halt mit reinnehmen, finde ich zumindest, hat man so ein bisschen die Verantwortung, sich auch das so ein bisschen anzugucken, ist ja immer noch auch Sachen, die eben auch vor allem, wenn man sagt, der sportliche Erfolg ist mir das Wichtigste, es sind eben trotzdem auch Randfaktoren, die ja, ne, Thema Vereinsführung, Vereinspolitik und so weiter, Zukunft und so was, eben auch Einfluss haben, aufs Sportliche, vielleicht irgendwann, ne, mal größer, mal kleiner, und auch da, ey, wenigstens ein bisschen in Vereinspolitik, dringend ist mittlerweile, auch das vielleicht rauszunehmen, dass vielleicht sich jetzt ein paar Leute mehr reingelesen haben in die Vereinspolitik, als sie es sonst vielleicht getan hätten, um da vielleicht noch was Positives abzugewinnen, ähm, ich hoffe, es war nicht zu durcheinander, hab mich echt bemüht, da ein bisschen Ablauf reinzubekommen, ähm, gerne eure Kommentare wie immer, zu dem Thema natürlich, ganz klar, da bin ich auch ganz ehrlich, jetzt auch für mich ganz geil, finde ich, für mich das Gefühl, jetzt aber dieses Video zu haben, hier, dieses Ding ist wieder fast eine Stunde lang geworden, hier, aber einmal den kompletten Ablauf drin, Vollgas, alles rausgekloppt zu dem Thema, mit Meinung drin, mit dem aktuellen Stand eben drin, bis jetzt eben heute, ne, quasi, wo ich es hier aufnehme, äh, äh, Donnerstag auf Freitag, ähm, Nacht quasi, deswegen auch da einfach ein Thema zu, äh, Video zu haben dazu, ähm, auf das ich in der Thematik immer wieder hinweisen kann, und das immer anspringen kann, von wegen, wer mehr hören will, wer mehr dazu wissen will, schaut das Video an, und quasi, ich ergänze jetzt nur noch Info auf B-News, und so weiter und so fort, auch das tut sehr, sehr gut tatsächlich, ähm, fällt irgendwie fast was, was ab von mir, doof gesagt, dass hier endlich mal raus, rausgeklatscht zu haben, dieses, diese Stunde hier, ähm, oder eben noch die viel mehr, viel mehr Word-Zeiten, also diese eine Stunde, die ich jetzt hier reingelabert habe, deswegen, sagt gerne, Meinungen, Kommentare und so weiter, alles rein, ähm, danke fürs Zuhören wie immer, ne, hier kann ich eigentlich auch einfach nur zuhören sagen, weil zu schauen ist ja nicht viel mit dem Standbild, bin ich auch ganz ehrlich, wie immer auch gerne, gerade bei so einem Video kam es nochmal raus, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Aufwand drin, sehr, sehr viel Zeit, die immer wieder hier reingeht in den Kanal, ist ja auch ganz klar, wisst ihr ja, deswegen an der Stelle auch sehr gerne kostenlos ein Like und ein Abo da lassen, ganz klar, sehr wichtig für den Kanal, für den Wachstum, für uns das VfB-Community ist auch ganz klar und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, was dann in dem Fall, wenn ihr es in meiner Chronologie schaut natürlich, aber was dann in dem Fall dann Rückblick auf Hoffenheim wäre, natürlich ein bisschen länger her, aber trotzdem schöner Rückblick und eben noch ein paar VfB-News dabei, das wäre das nächste hier in der, in der Reihe, die ich euch hier rausklopp auf einen Schlag und dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.